Dann herzlich willkommen zur Medienrunde. Wir spielen am Samstag bei Eintracht Braunschweig. Herzlich willkommen, Hagen Schmidt. Und mal und frei, dass ihr schön da seid. Dass ihr da seid, ist schön. Herzlich willkommen auch, liebe Kollegen. Und ja, bitte, eure Fragen. Wer mag als erster? Dirk Retzland, bitte. Ja, solange ich noch Ton habe, muss ich ja ausnutzen. Ja, schön, guten Morgen, eine Runde. Guten Morgen, Herr Schmidt. Machen wir erstmal mit dem Personal. Was machen die alten Corona-Fälle? Gibt es da Freitestungen? Da sieht es so aus, dass Baka wieder frei ist, also im Training ab heute wieder ist. Hat gestern schon trainiert und steigt heute wieder ins Training ein. Bei Olli, der kann sich erst am Freitag freitesten. Es ist noch nicht so weit. Das heißt ja, dass beide Spieler dann eine Woche aus dem Rennen waren, also auch trainingstechnisch. Bedeutet das gleichzeitig, dass die für Braunschweig kein Thema sind? Ja, bei Baka muss man jetzt gucken, was jetzt oder in welcher Verfassung er heute im Training ist. Deswegen haben wir ihn ja gestern schon trainieren lassen, dass er da schon mal zumindest so ein bisschen reinkommt. Und heute werden wir sehen, wie es aussieht und dann entscheiden, inwieweit er für welche Optionen in Frage kommt. Und wenn Oliver Steuerer morgen freigetestet wird, wäre es dann eine Überlegung, ihn mitzunehmen oder sind Sie dann eh schon auf der Autobahn? Nee, das ist morgen zu kurzfristig. Also wenn du kein Mannschaftstraining eine Woche hast, dann kannst du nicht einen Tag später so ein wichtiges Spiel bestreiten. Das schließe ich mal aus. Ja, jetzt haben Sie eine andere Kategorie als die beiden Spiele zuvor. Wie gehen Sie an die Nummer in Braunschweig ran? Ja, mit Vorfreude. Das ist eine andere Kategorie, aber wir wollen das natürlich beweisen. Und ich denke, auch mit den beiden Siegen zuletzt im Rücken haben die Jungs jetzt Selbstvertrauen und werden dort mutig auftreten. Versuchen, die Dinge, die uns zuletzt positiv gestimmt haben oder was uns ausgemacht hat, wieder auf den Platz zu bringen und in Braunschweig was mitzunehmen. Innenspiel wurde gewonnen. Spielt das dann auch so eine Rolle noch? Ja, ich denke, sicherlich ist es ein Beweis, dass wir da auch jeden Gegner schlagen können, aber es ist lange her. Es ist jetzt eine andere Situation, ein neuer oder ein langer Zeitraum dazwischen. Von daher denke ich, spielt das eine untergeordnete Rolle. Wie erwarten Sie Braunschweig? Ja, sie haben zuletzt dort eine offensiv da eine gute Partie geliefert und dementsprechend werden sie da auch ein gewisses Selbstvertrauen draus ziehen. Sie werden zu Hause, werden versuchen das Spiel zu bestimmen und da müssen wir ähnlich wie zuletzt sehr konzentriert sein, aber auch da wieder den Fokus haben auf unser Spiel, auf unsere Stärken und die dort einzubringen, um den Gegner da sich ein Stück weit in die Richtung zu lenken, dass er sich nach uns richten muss. Gibt es sonst personelle Probleme abseits der Langzeitgeschichten? Nein, alles gut. Sie haben jetzt einen weiteren Co-Trainer am Start. Wie kam es dazu? Ja gut, ich kenne ja nun Heiko Hansen schon länger und habe mich mit dem Thema über die Jahre intensiv befasst und wir waren immer im Austausch. Egal ob ich jetzt in Gladbach war oder jetzt hier in Duisburg, waren wir immer in Kontakt und haben auch gewisse Dinge immer wieder besprochen. Und von daher ist das für mich ein spannendes Thema und ich denke auch im Fußball noch ein extrem vernachlässigtes Thema. Und von daher war es für mich jetzt wichtig, ihn hierher zu holen, weil ich denke, dass er für jede Mannschaft ein Mehrwert sein kann. Sie hatten vor Weihnachten schon mal geäußert, dass es eventuell Veränderungen im Trainerteam geben könnte. Wäre das schon die Personalie gewesen? Ja. Bitte? Ja. Warum klappt das erst jetzt? Ja, weil Heiko ist selbstständig und er hat ja auch jetzt noch Klienten. Und es ist nicht so, dass man einen selbstständigen mal so eben einfach auf Fingerschnipsen aus einer bestehenden Struktur rausnehmen kann. Sondern er hat ja Termine, Seminare, arbeitet ja ganz normal, weil er weiß ja auch vorher nicht, ob jetzt ein Verein einklopft. Er wartet da ja nicht, sondern er muss ja sein Geld verdienen. Und aus so einer Struktur reißt du natürlich niemanden mal so eben gleich raus, sondern das bedarf einer gewissen Vorbereitungszeit, eine gewisse Freischaufeln oder Freimachen von Terminen, um dass er für uns auch in dem Sinne verfügbar ist, was dann für beide Seiten von Nutzen ist. Ist jetzt kein Fulltime-Job, wenn ich dich richtig verstehe. Also er macht halt seinen Hauptstand? In der ersten Phase noch nicht, kann er noch nicht, weil, wie gesagt, er ist selbstständig. Und für die neue Saison gehen die Gespräche dann schon in die Richtung, dass er da größtenteils auch für uns zur Verfügung steht. Was macht er mit der Mannschaft? Führt er Einzelgespräche? Führt er Gruppengespräche? Macht er irgendwelche gruppendynamischen Maßnahmen? Sowohl als auch. Also es gehört alles dazu. Also es ist schon ein breit gefächertes Gebiet, was da einfach bearbeitet werden muss. Wichtig ist immer, dass der Spieler sich darauf einlässt. Ich denke, das ist das Wichtigste. Aber ansonsten ist das sowohl Gruppen als auch Mannschaft als auch Einzel beobachten, wie reagieren sie auf bestimmte Situationen. Und das ist ja dann das, worauf es ankommt. Ist er auch in Braunschweig am Samstag? Jetzt am Samstag nicht, weil er hat Seminare. Ja, Sie haben letzte Woche gegen München Mann und Frey eine Abwehrkette gespielt. Sehen wir ihn dort wieder? Ist sicherlich auch ein bisschen immer abhängig von Bacca. Ich denke, Marlon, seine Position ist das Mittelfeld. Und da hat er auch seine Stärken. Und dort hat er uns jetzt extrem geholfen in der Position. Das hat er sehr gut gemacht. Und ich denke, wenn es bei Bacca noch nicht geht, ist Marlon sicherlich da wieder die Alternative. Dann vielleicht mal zum Marlon rüberswitchen. Ja, moin. Ja, guten Tag. Wie war es letzte Woche auf der ungewohnten Position? Ja, war auf jeden Fall was Neues. Hab vielleicht auch fünf bis zehn Minuten gebraucht, um das Gefühl zu haben, dass ich da der letzte Mann bin. Hatte immer noch innerlich bisschen den Drang, nach vorne zu laufen, bis ich mich selber bremsen konnte. Dass ich eine andere Aufgabe diesmal habe in dem Spiel. Aber ja, allgemein habe ich mich gefreut, dass ich der Mannschaft da helfen konnte. Und dass wir dann am Ende das Spiel gewonnen haben. Ja, ihr habt ja zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ihr kamt aus einer schwierigen Situation heraus. Was haben die beiden Siege mit euch gemacht? Ja, die beiden Siege haben uns Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, dass wir sowieso die ganze Zeit an uns geglaubt haben. Und jetzt die beiden Spiele haben uns einfach nur bestätigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Dass wir den Weg weitergehen müssen und einfach alle zusammen als Mannschaft gut arbeiten müssen, um drei Punkte einfahren zu können. Du hast jetzt Selbstvertrauen angesprochen, was wir gerade hatten. Jetzt habt ihr einen weiteren Co-Trainer, der sich um Motivation etc. kümmert. Was ja jetzt im Profifußball nicht so oft der Fall ist. Wie gehst du als Spieler damit um? Was gibt er euch? Ja, also er gibt uns einfach ein neues Themenfeld, was wir so mit dem normalen Trainerstab nicht besprechen können. Er hat andere Ansätze, wie er mit uns arbeitet. Ich glaube, dass die mentalen Sachen schon sehr, sehr wichtig sind im Fußball. Und ja, gerade Spieler, die eine schlechte Phase haben oder auch gute Phasen haben, ist immer wichtig, auch einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man über alles sprechen kann und der dir andere Tipps geben kann als nur fußballspezifisch. Hattest du schon Einzelgespräch mit ihm? Noch kein Terminitis Einzelgespräch. Wir haben am Frühstückstisch vor dem Spiel kurz miteinander gesprochen. Aber da ging es eher um allgemeine Dinge, Werdegang, wo ich bisher war, meine Station. Er hat mir ein bisschen erzählt aus seinem Leben. Aber da wird bestimmt das ein oder andere Einzelgespräch auch kommen. Er war, glaube ich, am Boxring auch als Motivator tätig, ne? Richtig, ja. Davon auch erzählt? Ja, klar. Man kann ja immer auch aus anderen Sportarten Beispiele ziehen. Und deswegen ist es sehr interessant. Herr Schmidt, wissen Sie, welche Boxer er betreut hat? Er hat mir das schon erzählt, aber ich konnte die nicht, also es ist jetzt nicht so Boxen, ich gucke das zwar, es ist nicht so mein Themengebiet. Also da kann ich jetzt nicht mit Namen aufwarten, sagen wir mal so. Okay, danke erst mal. Herr Magdok-Folgen. Joppen Knarzer, bitte. Ein Freundliches Hallo in die Runde, auch an diesem hässlichen Morgen. Aus... Ja, auf Europa bezogen. Ich finde es also... Ach so, ja. Du hast recht. Schon ein wenig komisch, hier in einer wirklich gemütlichen Pressekonferenzrunde zu sitzen und gleichzeitig parallel dazu diverse Pressekonferenzen über andere Medien zu verfolgen. Marlon oder auch Hagen, diesen Mentaltrainer, diesen Motivationstrainer, hätte man sich den früher gewünscht? Vor, weiß ich nicht, drei Monaten, vier Monaten? Ja, das geht wahrscheinlich eher an Marlon, weil so lange bist du ja noch gar nicht da. Und dann hatte ich das ja vorher noch begründet, er ist selbstständig, hat Termine und das lässt sich nicht so einfach von heute auf morgen mal eben frei blocken. Das ist jetzt auf ihn bezogen richtig, aber dann die Frage eher an Marlon. Hätte sich die Mannschaft, die Spieler, hätten die das schon vor, ich sag mal, drei, vier Monaten gebraucht? Hätte das was gebracht und geändert? Ich weiß nicht. Ich glaube, vor drei, vier Monaten hatten wir trotzdem auch, also die Stimmung allgemein ist in der Mannschaft eigentlich ganz gut. Wir haben trotzdem an uns geglaubt. Als Mannschaft macht man sich jetzt, glaube ich, nicht so viele Gedanken darüber, was könnten jetzt für Veränderungen im Trainerteam uns helfen, sondern wir gucken eher innerhalb der Mannschaft, was wir als Mannschaft verbessern können, um halt unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Das ist halt jetzt ein Impuls vom Trainerteam beziehungsweise vom Verein, wo die Mannschaft halt nicht selber aktiv werden kann und sagt, ja, wir brauchen einen Mentaltrainer. Jetzt, klar, nehmen wir die Hilfe an, weil es eine super Alternative ist, eine super Hilfe. Aber ob man jetzt vor drei, vier Monaten sich darüber Gedanken gemacht hat, eher nicht. Hast du die nächste Frage auch schon mit beantwortet? Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Augustin, bitte. Ja, hallo. So. Es fällt ja auf, dass ihr auswärts, also ich frage erstmal Herrn Schmidt, sehr erfolgreich seid plötzlich. Drei Auswärtssiege in Folge, das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben beim MSV Duisburg. Das passt gar nicht so sehr zu den Heimniederlagen mit den vielen Gegentoren. Also wahrscheinlich spielt sich das ja dann auch eher im mentalen Bereich ab. Oder worauf führen Sie das zurück, dass Ihre Mannschaft auswärts zuverlässig und maximal jeweils dreifach gepunktet hat? Ja, ich glaube, in einer der letzten Pressekonferenzen hatte ich da schon mal was dazu gesagt, was Heimann auswärts gerade betrifft. Und sicherlich ist da irgendwo in Fünkchen Wahrheit dran. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir in beide Richtungen sowohl zu Hause als auch auswärts gezeigt haben, dass wir guten Fußball bieten können. Und das wollen wir gerne bei beiden. Jetzt kommen Sie mit einer stabilen Auswärtsserie nach Braunschweig. Die Eintracht hat von 13 Heimspielen nur fünf gewonnen. Es war sehr unruhig beim letzten Heimspiel gegen die zweite von Freiburg. Da gab es Pfiffe, das Publikum war ja zum ersten Mal wieder zugelassen. Man hat das während des Spiels gemerkt und das wurde auch nach dem Spiel von den Braunschweigern thematisiert. Glauben Sie, dass Sie mit einer gewissen Spielweise auch wieder diese Unruhe ins Publikum bringen könnten? Und wäre das hilfreich für Ihre Mannschaft? Ja, definitiv. Unruhe, ich meine, wir kennen es selber von zu Hause. Wir haben die Phase durch. Unruhe ist nie gut für eine Heimmannschaft und macht dich definitiv nicht sicherer. Und ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen für uns, wenn die Ränge unruhig werden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Okay. Es gibt noch Fragen aus der Runde. Stefan Leuder, bitte, vom Reviersport. Gestern kam ja nochmal die Meldung, dass auch der Einspruch für die fünfte Gelbe Karte aus dem Dortmund-Spiel abgelehnt wurde. Wie sehen Sie das, wenn jetzt die Geschichte dann wahrscheinlich erstmal abgehackt ist und man da keine Chancen hat, nochmal Punkte zu holen? Die Frage an mich? Ja. Okay. Ich sage mal, wir sind gut beraten, uns dort nicht zu sehr auf diese Punkte zu verlassen, sondern einfach unsere Spiele anzugehen und versuchen, überall zu punkten. Dann brauchen wir die Punkte am Ende nicht, sondern kriegen die vielleicht als Bonus oben drauf. Grundsätzlich ist es so, wer fünf gelbe Karten hat, kann nicht spielen, Ende aus. So, nochmal einen Blick in die Runde. Ja, ich würde nochmal anschließen, passt dann schon so ein bisschen zu der Antwort, die Sie jetzt gegeben haben. Es ist ja seit dieser Woche auch nochmal ein möglicher Rückzug von Türkei-München im Raum. Verfolgen Sie die Geschichte, da gucken Sie dahin, zumal Sie jetzt ja am vergangenen Wochenende da gewinnen konnten. Und beim Rückzug einen Punkt auf den SC Fair und zwei auf Viktoria Berlin verlieren würden. Ja, sicherlich ist das ein Thema, aber auch da befasse ich mich jetzt wenig damit, weil das immer Dinge sind, die ich nicht beeinflussen kann. Und die ich nicht beeinflussen kann, kosten Zeit, kosten Energie. Und die Energie brauche ich momentan für wichtigere Sachen, die uns betreffen. Und von daher sind wir gut beraten zu Punkten, zu Punkten, wo es nur geht. Und dann werden uns die drei Punkte von Türkei dann auch nicht groß wehtun. Gut, dann euch vielen Dank für die Fragen. Euch, Hagen und Marlon, vielen Dank für die Antworten. Eine gute Arbeitswoche noch und viel Erfolg am Samstag. Dann uns allen dann im Rauschweig. Danke und einen guten Tag. Danke, schön, ciao.